alles was man braucht die knall ich mir gleich ich habe lachs schwert und lila helm wir liegen noch zwei hier und hier oben die melden aus einer kiste kommen nur tränke rüstung und rüstung und handschuhe habe ich rüstung habe ich halt null das war oben diese radii dass sie mal killen oben die die goldene rüstung jetzt haben den helm hat immer noch keiner den könnte ich mit der lakke scroll holen gehen mache ich jetzt egal er macht die lakke scrollen von die klopfen sich ich habe einfach so eine komische attacke ab hier die wollen das ding die ganze zeit haben ja jetzt haben sie es glaube ich okay ich konnte es nicht bekommen die waren zu dritt ich war ja wieder alleine da ich habe mich verharrten aber wahrscheinlich das battle crush ich gehe davon aus dass ich wieder war zurück es seems to be dangerous here ja gg alter steht dieser hurensohn da oben im gras alter 10 minuten komm ich bin gleich da sonic sonic carrie für dich sind lucky scrolls einfach mal tabu warum denn ich habe fast einen slenderry bekommen habe ich da einen stein ja ja gut aber sinnzweck ist ja auch nicht die ganze zeit also sinnzweck ist ja auch nicht die ganze zeit irgendwelche lucky scrolls zu benutzen damit du weg bist vom team ja vor allen dingen den den wir hier angreifen der hat ja auch eine goldene rückung ja aber der hatte ja gerade weggenommen und die oben war noch da ja kann er ja deswegen wollen wir ihn ja killen aber und dann kommt er weiter 10 minuten cần um wiederbelebner ja 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 die 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 wiederbelebender ja ja Hä? Hä? Die machen nichts. Sehr geil. Dicker. Alter, what? Der hat mich Half-Life gemacht. Wir rennen ja nur Dinos rum. Wir stehen hier richtig scheiße. Von unten sind Gegner von oben. Lass mal hochgehen, lass mal hochgehen. Hä, hier ist einfach so ein Siegel. Hä, hier war einfach eine legendäre Waffe. Hä, die stand hier einfach rum? Seit wann war die denn da? Ich hab einen gekillt. Auf. Hä, der hat wieder volle Leben bekommen. Der hat wahrscheinlich die Rüstung gehabt, hä? Das gibt's nicht. Ich bin auf meine Ulti drauf. Äh, ich bleib bei euch, komm. Sonst krieg ich gleich wieder gemeckert. Alter, der Hund. Aber wir müssen runter. Das hier ist alles nicht mehr Zone. Nach unten fighten ist auch scheiße. Weil ich da immer auf die Icons klicke. War nicht. Ah, safe areas have been reduced. Here's the finish. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? War ja nicht ein Dandy? Ja. Ich weiß auch nicht, wo er hin ist. Wo ist er denn? Da ist er. Alter. Lass hier, komm mal her. Ja, wir fighten hier gerade. Oh, nee. Es war nicht diese Wiederbedingungen. Okay. Loll. Mach's ein geiler Kill. Hier läuft doch noch rein. Lass warten, bis Zone kommt. Und der Alex ballert hier ein bisschen rum. Hinter uns. Das ist Faker. Faker. Faker ein guter Spieler oder was? Der beste LoL-Spieler, der uns gibt. Die ist Bombe. Oh, shit, shit, shit. Hey, diese Falle ich runter. Ich hatte voll die Diamond. Ja, ich bin hier oben auf irgendeinem Haus oder sowas. Was'n Scheiß. Wieder runterfall, Buck. Haben sie nicht ge... Hand you. Das hat YouTube auch vorhin im Chat geschrieben. Oh, geil, 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 geil. Boah, shit. Boah, shit. B-Org. Nein. Das war B-Org. Und in, in, back. Was für ein Name, Alter. Kennst du nicht B-Org? Nein. Warte mal, der hat die Beta aufgezockt, ne? Hat er das Beta nicht im Chat geschrieben und gestreamt? Let me teach you a lesson. Er ist tot. Kein Dank. Alter. Boah, war, äh, Platz Nummer 1 immer. Yo. Also, die, die waren richtig krass. Der war immer Platz 1 in der Beta. Der war krass, aber keine Chance gegen Team Sonic, Tim und Alex. Mit krass meinte Sonic, er hatte kein Leben. Ja. GG. Dann am Ende so schlecht zu sterben, indem man einfach keinen Stamina hat. Das ist immer das schlimmste in dem Game. Ja. Goodbye. mannequin. the